Der Schnellkopfdorf besitzt sich schon seit 40 Jahren fast. Ah ok, schon seit 40 Jahren. Ich denke vielleicht, ich kaufe auch ein Buch. Der Schnellkopfdorf ist auch gut. Ja, aber da musst du aufpassen. Der Schnellkopfdorf ist ja nicht ungefährlich. Ja. Aber der ist schon Asperuhr. Ah 40 Jahre. Das ist Deutsche Brand oder? Deutsche? Von Deutsche? Ja. Daher liegt ja gar nicht was drauf anbessen. Komm, die Dörfer sieht so aus. Und es macht jetzt ihre Blödsinn wieder. Fangen wir wieder so an. Das ist der Deutsch Essen. Das ist der Deutsch Essen. Und die Dörfer sehen. Käpte da. Ja. Kantein. Ja. 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 Die Dörfer ist, als ob ihr Zeig. Auf, ja? Auf, rass. Das kann, habe ich das nicht ausgemacht? Nein, noch nicht. Dann haben wir es vom Blas. Nee, dann machst du hier rein? Ja, ja. Also von hier habe ich immer ein Problem. In der Mitte kommt das, ja? Okay, das muss man auch von hierher rein. Die ist neugierig. Der ist der Niveau. Der ist nicht nur eine Maslow. Das ist die Niveau. Das ist die Niveau. Und die Niveau. Das ist 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 die Niveau. So frisch, ja? Ja. Fertig. Ja. So, jetzt müssen wir eben die Soße machen. So, dann roh ich von nochmal eben. So. Steck und Zwiebeln angebraten. Und dann hab ich hier Bersing noch reingetan. Jetzt decke ich das ein bisschen an hier. So, ich hoffe, die sind warm genug, die Kohlrolladen jetzt mir hilft. Ich habe noch zwei und seit dem die Kohlrolladen. Jetzt habe ich völlig-volgens geblieben, also die Kohlrolladen. Und jetzt hier. Das ist die Kohlrolladen. Für die Kohlrolladen. Von해 und damit. Wann das ist fertig? Das ist die Kohlrolladen. Nummer 2 ist er Ich habe seit 7 Jahren erzählt, dass ich jetzt mal kein Essen mehr fahre, weil ich das früher immer gern gegessen habe. Und dann wollte ich immer wieder essen. Aber es hat nie geklappt, weil es mit euch was war, oder wenn es mit Mama war, oder wenn es mit einem Kran, oder es kann ein Bier singen, oder was auch immer. Und jetzt hat es eigentlich geklappt. So, Vorsicht, 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 Vorsicht. Vorsicht Team, heiß. Ich habe jetzt eine Kartoffel hier außen. Ja, wir machen so. Mehr Kartoffeln, ich will noch mehr. Ich will das auch. Ich will den ganzen Teller voll. Das auch. Ich will den ganzen Teller voll. Nein, ich sag nein. So ehrlich? Nein, weil... Nein, nicht geht. Ich auch, nein. Wir wollen den ganzen Teller voll. Ja, wir wollen den ganzen Teller voll. Genau. Ey, Papa, isst du auch, dass du den Dinger dann benutzt willst? Ist das, dass du den Spitzenden Dinger? Ja. Den nehmen wir jetzt mit dem Spitzenden. Wie ist das dazu gemacht? Und das macht man gleich raus und dann kann er was essen. Tim, gib mal deinen Teller. Ja, das ist der Kapp. Ja, das ist der Kapp. Aber ich kann die auch noch. Ja. Du weißt, ja. Das ist der Kapp. Und das ist der Kapp. Ups! Oh, der Kapp. Der Kapp. Der Kapp. Was ist das denn gekauft? Nein, das haben wir immer gekauft. Warum haben wir die Kuh und die Kühne gekauft? Wenn man im Fleisch muss, muss man die Wüter senden. Ups. Wir müssen das immer machen. Dann haben wir die Küche. Oder das Hafe. Papa, oder das Hafe? Ja, das Hafe ist man nicht so oft. Schafs Käse gibt es schon öfter. Ist die Soße scharf? Nein. Aber ich habe extra rote Soße mitgebracht. Weil ich jetzt nicht wusste, wo jetzt welche ist. Okay, wusste ich nicht, deswegen habe ich mich jetzt extra mitgebracht. Was soll, genau das Soße? Soße davon? Ich möchte rote Soße. Ja. Gute Soße, lieber. Aber das Fleisch machst du bestimmt. Das Fleisch machst du bestimmt. Ja, das ist gut. Trieb auf. Ja, ich schalte immer das Röntchen ab. So. Michael, kannst du mir mal wieder einrichten? Brücken, Gabel hoch. Ja. Ja. Und dann probier mal. Probier das mal. Kannst du noch mal probieren und die noch ein bisschen heiß sind? Ja. Also. Kannst du auch heißen werden? Ja. Ja. Blödsinn. 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 Guten Appetit. Ja, danke. Ja, danke. Ja. Ja. Ja, danke. Ja. Ja, danke. Und du? Du magst die? Ich mag die. Willst du dein Würstchen einen Tipp? Würstchen? 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 Ja. Ich will auch Würstchen. Zwei? Nein. Es ist nur drei. Es ist nur drei Würstchen. Und du, Lena? Ich möchte zwei. Ich glaube, es sind nur fünf drin. Wird das ja passen. Ich glaube, es sind nur fünf drin. Ja. Ich glaube, es ist nur drei Würstchen. Es ist nicht so gut. Oma? Weißt du was? Ja. Schmeckt aber anders als der Würstchen. Möchtest du jetzt diese? Mhm. Ja, das ist neuer. Das ist auch diese. Das mag alles. Äh, Oma? Ja. Das kostet genau... Das kostet genau... Das kostet genau... Ja, das kostet genau... Ja. Wie du schon gesagt, das ist deutsches Essen. Genau. Ja, das ist okay, ne? Wir machen das mal... Kochen! Hm! Wieso? Das ganze Essen im Mund... ...dann der Mund weit aufgemacht und gelacht. Und dann hat es mal mit verantreten im Bauch... Das war's für heute. Ja, was guckst du? Das war's für heute. Das ist ein bisschen langes Lüge. Die Osi im Dagen